Guten Tag meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Donnerstag, den 23. März. Dies ist der Gedenktag des heiligen Turibio von Montgrovejo, den ich zugegebenermaßen vor allem wegen seinem wunderschönen spanischsprachigen Namen liebe. Da hört man doch die Kastanietten klappern, wenn man das ausspricht. Im Hintergrund sehen Sie meine Stube im Collegium Borromeum in Münster. Das ist ganz unverkennbar ein Seminaristenzimmer. Und sofort, als ich da auch nur einen Blick reingeworfen habe, habe ich mich schon wieder nach St. Georgen zurückversetzt. Gefühlt 35 Jahre her und länger, da war es ganz genauso. Und irgendwie ist das rührend mit dieser schmalen Pritsche als Bett und diesen Hölzern Verkleidung, dem Einheitskreuz an der Wand und der Bibel im Bücherschrank und so. Das ist einfach so, wie es sein muss. Und lediglich alle zwei Zimmer hat man geopfert und dann Nasszellen eingebaut, die zwei Zimmer miteinander verbinden, weil es halt anders auch nicht geht. Außerdem, weil man ja leider Platz hat. Darüber haben wir gestern schon gesprochen. Jedenfalls kommt man in so einer reizarmen und schlichten Umgebung nicht darauf, ums goldene Kalb zu tanzen. Das ist jetzt nicht an jedem Ort der Kirche so, vor allem nicht in unseren reichen deutschen Bistümern, wo wirklich viel auch ums Geld gehen muss. Aber hier in diesem Zimmer nicht. Nicht anders in der Schriftlesung von heute, im Buch Exodus im 32. Kapitel. Da ist Mose noch auf dem Gottesberg und ist mit Gott zu Gange, der sich die Mühe macht, seine lebensspendende Weisung für das Volk aufzuschreiben. Und dann sieht aber Gott etwas, was Mose noch nicht sehen kann, was da unten im Tal sich abspielt. Und da umwölkt sich Gottes heilige Stirn und er wendet sich so an Mose. Geh steig hinunter, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen und ihm Opfer geschlachtet, wobei sie sagten, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte den Herrn, seinen Gott, indem er sagte, wozu, Herr, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten heraufgeführt hast. Wozu sollen die Ägypter sagen können, in böser Absicht hat er sie heraufgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Unheil reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaac und Israel, denen du selbst geschworen und gesagt hast, ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne im Himmel. Und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Ja, Mose hier wie Abraham vor Sodom und Gomorra tritt ein für das Volk, das sich vergangen und das ihn Mose auch blamiert hat. Er ist wirklich ein großer Führer, der demütigste aller Menschen, heißt das mal in der Schrift. Also er wirft sich in die Bresche und er besänftigt den Zorn Gottes, wie das hier so anthropomorph beschrieben wird. Und Gott ist noch einmal in der Lage, in der wir ihn angesichts der Schlechtigkeit der Menschen schon einmal gesehen haben bei Noach. Aber dann hat er am Ende dem Noach doch versprochen, dass er die Erde nie mehr vernichten werde. Und so tut er es auch hier mit seinem Volk. Die Schlechtigkeit ist aus dem Gottesvolk, auch aus dem Gottesvolk, des neuen Bundes einfach nicht wegzukriegen und nicht auszurotten. Und Gott nimmt es an, nicht um unserer Gerechtigkeit willen, auf die er reagieren müsste, sondern um seiner Gerechtigkeit und seiner Barmherzigkeit willen. Was ihn so empört, wenn goldene Kälber dann umsprungen werden und man ihnen Opfer darbringt und die Leute zueinander sagen müssen, das sind die Götter, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben. Das ist, glaube ich, nicht die Beleidigung und Hintansetzung, die ihm dadurch geschieht. Ich glaube nicht, dass Gott in dem Sinne beleidigt ist, wie wir das sind, sondern das ist die Entehrung des Menschen selbst, der etwas mit seinen ungeschickten Händen bastelt, so ein Kalb aus Gold, das wird schon auch so ein absurdes Viech gewesen sein, und dem dann zurufen zu müssen, du bist Gott und du hast mich befreit, das ist doch eine Schande. Und in solche Schande will Gott uns nicht geraten lassen, er möchte in Geist und Wahrheit angebetet werden, das gebührt ihm und das geziemt uns. Gott segne und behüte sie alle. Gott segne und behüte sie alle.